Ich grüße Sie. Meine Ausführungen habe ich wie folgt gegliedert. Zunächst sind einige Grundlagen zum digitalen Lernen erforderlich. Danach werde ich Ihnen das Basismodell der Lehre in Grundlagenveranstaltungen an der Technischen Uni Nürnberg vorstellen und schließlich die Konsequenzen beleuchten, Organisation, Bauen und einige zusätzliche Aspekte. Beginnen wir mit einer Eingruppierung des Lehrkonzepts an der Technischen Universität Nürnberg. Alle akademischen Fachdisziplinen bauen auf Grundlagenwissen auf oder sie enthalten es anteilig. Doch wie lässt sich das benötigte Grundlagenwissen vermitteln? Klassisch hat man das ja so gemacht. Ein Dozent hat sich zu einer bestimmten Zeit, man nennt das heute Synchron, an einem festgelegten Ort, dem Hörsaal, vor sein Publikum gestellt und hat darauf gesetzt, dass alle Anwesenden die vermittelten Wissensmengen auch erschließen. Danach wurden die Teilnehmer einer solchen Veranstaltung in einer weiteren Phase der Inhaltsvertiefung sich selbst überlassen. Dieses Szenario ist die klassische, synchrone Präsenzlehre. Mit zunehmender Tendenz und der Möglichkeit der Digitalisierung von Inhalten verliert das klassische Szenario an Bedeutung. Inhalte lassen sich heute online anbieten, die Inhaltserschließung wird dann von jedem Ort zu jeder Zeit, also asynchron möglich und es entsteht die neue Möglichkeit der betreuten Inhaltsvertiefung. Dieses Szenario ist die asynchrone, digitale Lehre. Aus der derzeitigen Not heraus entstand noch ein drittes Szenario. Dort wird der Inhalt synchron per Webkonferenz vorgetragen, verbunden mit der Hoffnung, dass möglichst viele daran teilnehmen und so die Inhalte auch erschließen. Die Inhaltsvertiefungsphase bleibt, wie in der klassischen Lehre, unbetreut. Diese Notfalllösung nennt man synchrone Distanzlehre. Und da weder die klassische Lehre noch die Notfalldistanzlehre zeitgemäße Lehrmodelle im 21. Jahrhundert sind, baut die Lehre an der Technischen Universität Nürnberg auf einem solchen digitalen Lehrmodell auf. Um es nochmal zu verdeutlichen, ein Lehrmodell, das auf einer selbstgesteuerten Inhaltsvermittlung und einer anschließenden Präsenzphase basiert. Übrigens lässt sich in einem solchen Modell die Präsenzphase in Ausnahmefällen durchaus auch virtuell absolvieren, teilweise reduzieren oder vollständig online durchführen. Optionen, die für eine Präsenzuni wie die Technische Universität Nürnberg aber die Ausnahme bleiben. In einem solchen Modell finden einige klassische Begriffe keine Verwendung mehr. Die Vorlesung ist bedeutungslos geworden, Einzelvorträge werden allerdings nach wie vor gehalten. Auch der Begriff Hörsaal sollte wegfallen, denn die Wissensvermittlung erfolgt digital und es wird ja nichts mehr gehört. Und schließlich wird der Lehrer zum Lernbetreuer auf Augenhöhe mit den Studierenden. Was bedeutet das für die Infrastruktur der Technischen Universität Nürnberg? Um diese Lehre zu realisieren, benötigt man zuallererst eine Institution für die Entwicklung und Bereitstellung des digitalen Content, der ja bereits mit Aufnahme des Betriebs der Technischen Uni Nürnberg in Absprache mit den akademischen Lernbegleitern bereitstehen sollte. Den Studierenden sollte in Lernräumen off-Campus die Möglichkeit zum Selbstlernen und on-Campus zum begleiteten, kollaborativen Lernen gegeben werden. Eine besondere Rolle spielt das digitale Assessment, für das ebenfalls entsprechende Infrastrukturen, möglicherweise auch Testzentren, eingerichtet werden sollten. Weitere Komponenten werden für künstliche Intelligenz und Robotikeinsatz in der Lehre sowie für Makerspaces, also für Probierwerkstätten für die digitale Lehre benötigt. Aus baulicher Sicht besitzen die Lernräume das größte Innovationspotenzial. Sie werden primär für die Inhaltsvertiefungsphasen on-Campus benötigt. Es sollte aber auch genügend Möglichkeiten zum Lernen außerhalb, zum Beispiel in den Wohnheimen, geben. Dabei sollte auch an entsprechende Catering-Optionen gedacht werden. Tja, und der klassische Hörsaal wird zwar nicht mehr benötigt, dafür aber ein Auditorium für Vorträge und Vorführungen. Und sonst? Was ist mit der Bibliothek? Tja, die wird nach wie vor benötigt, möglicherweise aber nicht mehr primär für Bücher, sondern als Ort der Begegnung mit Makerspaces für Studierende aus Hochschule und der allgemeinen Öffentlichkeit und Optionen zur Eigendarstellung der Universität. Lassen Sie mich zusammenfassen. Die digitale Lehre erfordert neue, zum kollaborativen Lernen geeignete Lernräume, on-Campus wie off-Campus. Sie benötigt bauliche Einrichtungen zur Gestaltung der digitalen Lehr- und Prüfelemente, die sowohl zentral als auch in den Departments verortet sein sollten. Und mit einer Bibliothek als zentralem Anziehungspunkt auch für die Bevölkerung lassen sich über Makerspaces Forschung, Lehren und Leben attraktiv verbinden und sichtbar machen. Und eines sollte nicht vergessen werden. Roboter, die in wenigen Jahren zum Alltag gehören werden, benötigen bestimmte Korridore und Fußböden, Strom wird überall benötigt und es sollten ausreichend Pufferstrukturen bereitgehalten werden für Erweiterungen jedweder Art. Es gibt also einiges zu tun. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.